Bitte wiederholen. Hi! Jetzt wird weiter gedreht am Bauernhof bei unseren Bauern, dem Chris Su. Wieder eine feine Geschichte. Da kommt wer. Und jetzt bin ich dran. Ich bin nervös. Cool. Das erste Mal, wenn Nebel kommt, wird er nicht zu schnell ziehen. Wir haben die erste Szene auf dem ersten Tag des Films gemacht und wir haben unseren Direktor verloren. Eigentlich hat er ihn. Ich habe ihn. Wir haben den Direktor gespielt, um zu werden. Wir haben einen Kasten mit der Maschine gespielt. Wir haben die Maschine gespielt. Wir haben den Kasten gespielt. Wir sind ein Es läuft alles sehr gut, wir haben viel Spaß, gestern haben wir 60 relativ oder sehr verrückte Fans gehabt, die Hardcore-Wiener-Wahnsinn-Fans. Sehr cool, der erste Videodreh geht richtig ab. Ganz cooles Team, sehr professionell und macht auch richtig Spaß. Wir haben nämlich den Auftrag bekommen, einen Lieblings- oder Lebensmenschen einzuladen. Was ich? Gemeldet. Wenn man direkt vor der Zeit hat, dann müssen sie halt vorne weg, dass der Manker bei uns steht. Okay. Okay. Ich sag, ihr bleibt. Also wir brauchen nichts anderes zu verändern, unsere Instrumente. Stellst du uns da noch hinten, wie wir stehen müssen? Also, oder machen wir das? Also, legst du uns da noch hinten, wie wir stehen müssen? Okay. Es ist nur so, dass ich während diesen Liedern... Kamera rein schauen. Ja, ich würde nicht gerne meine Mama grüßen, aber... Ich sag einmal, es waren zwei sehr interessante Tage. Es war für uns ein super Dreh. Ich rede ja gescheit. Ein sehr nettes Team. Wir haben sehr viel Erfahrung. Wir sind oft gepudert worden. War einfach schön. Ja, also ich kann mich da nichts beschweren. Auch bei der Anziehhilfe, das hat alles gepasst. Warum ist dem ganzen Tag der Hosenknopf angekommen? Nein, das heißt bitte Kostüm. Das Kostüm war hervorragend. Gut, ich hab gar kein Kostüm angehabt. Ich sehe das Nutella nicht. Warte, das ist der Fake Nutella. Wo ist der Real Nutella? Take musicians. Well�, thank you. Will you be celebrate the Ch Brennan of Deutschen? You are welcome. Alright, Johanna. Untertitelung des ZDF, 2020